Ach du Schreck, da blüht uns Arbeit. Warte, was ist das für ein Geräusch? Es kommt von dort. Wovor sind wir weggerannt? Oben am Baumhaus hängt ein riesiges Bienennest. Was? Bienen? Mama Mia, also können wir nicht mehr zurück. Bestimmt weiß Großmutter, was zu tun ist. Mutter hat mal erzählt, dass mein Großvater Bienenzüchter war. Oh, aber gewiss, ich kenne mich gut mit Bienen aus. Sie sind kostbar und empfindlich. Man muss sie mit größtem Respekt behandeln. Ich verstehe, Großmutter, aber was machen wir mit dem Baumhaus? Du musst nichts weiter tun, als die Bienen umzusiedeln. Was ich soll das machen? Natürlich, die alte Ausrüstung deines Großvaters steht noch immer bei uns im Schuppen. Aber ich helfe dir. Gut so? Jetzt schon. Damit kann ja gar nichts geschehen. Hast du die Kiste unter das Nist gestellt? Ja, das habe ich. Sehr gut, dann fangen wir an. Danke. Ich stehe jetzt davor. Gut, mach es genau, wie ich gesagt habe. Zuerst musst du den Rauch versprühen. Was macht der Rauch mit den Bienen, Großmutter? Er lenkt sie ab. Dadurch versammeln sie sich um die Königin, um sie zu beschützen. Sie haben eine Königin? Aber ja, mitten im Bienenstock, gut behütet. Kommst du zurecht, Peter? Sie krabbeln überall auf mir herum. Was soll ich jetzt machen? Keine Angst, Peter. Bienen sind friedfertige Tiere. Mach nur keine ruckartigen Bewegungen, dann passiert nichts. Na gut. Puh, sieht aus, als hätte ich es geschafft. Gut gemacht, du bist der König der Bienen. Bravo. Das Talent dazu hast du offenbar von deinem Großvater geerbt. Was soll ich als nächstes tun? Nun warten wir erst einmal einige Stunden, ab bis sich die Bienen in ihrer neuen Behausung eingerichtet haben. Und danach? Danach bringt er sie zu einer anderen Wiese, wo sie Pollen und Blumennektar sammeln. Und dann? Wenn sie zufrieden sind, schenken sie euch bald süßen Honig. Mh, lecker. Aber viel lässt sich damit nicht gewinnen. Dazu ist der Bienenstock zu klein. Ich bräuchte mehr Bienen. Das ist die Idee. Ich werde nicht nur Ziegen hüten und Käse machen, sondern auch Bienen züchten.